Eine digitale Präsenz ist für Journalisten heute wichtiger denn je. Ohne ein klares Profil im Netz wird es immer schwieriger, mit beruflich relevanten Menschen in Verbindung zu treten. Doch Online-Profile verlieren sich schnell im Digitalen irgendwo. Deshalb bietet Toriel nun die passende Portfolio-Plattform. Hier schaffen sich Journalisten mit minimalem Aufwand ihre digitale Präsenz. Und zwar dort, wo gesucht und gefunden wird. So einfach ist Toriel. Und vor allem, du bist nicht alleine. Denn bei Toriel finden sich viele Journalisten. Und deine Inhalte werden so in den richtigen Kontext gestellt. Zu jedem Suchbegriff werden dir passende Personen vorgeschlagen. Mit nur einem Klick bist du jeweils bei den vollständigen Profilen und kannst entscheiden, wer am besten deinen Anforderungen entspricht. Egal, ob du jemanden suchst, der dich bei deiner Recherche unterstützt, ob du einen konkreten Kooperationspartner suchst oder sicherstellen willst, dass dich alle denkbaren Kunden einfach finden. Bei Toriel bist du am richtigen Ort. Mach mit, probiere es aus und empfiehle es weiter. www.toriel.com Toriel ist übrigens stiftungsfinanziert und deshalb unabhängig und kostenlos.